Herzlich Willkommen, meine Freunde, Streamzeitenübersicht 1 nach dem 666er Spenden-Stream, Follower-Stream, der in einem Spenden-Stream gemundet ist. Gemündet? 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 Ne, der hat nicht geschmeckt. Gemündet ist. Also, erstmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die dabei waren, an alle Leute, die gespendet haben. Es waren ja doch einige, ich habe ja angekündigt, Spendenziel 666 Euro, das war natürlich viel zu hoch angesetzt, das war mir aber auch von vornherein klar. Das habe ich einfach nur gemacht, weil es der 666er-Stream war und weil es halt einfach so eine schöne Zahl ist. Wir haben 230 Euro eingenommen, gespendete Euro, dazu kamen noch ein paar Subscriptions und Bits und so weiter. Die werde ich natürlich nicht mit überweisen, das ist klar, waren auch nicht ganz so viele. Trotzdem vielen, vielen Dank, auch für die Bits und die Subscriptions und Follows und Hosts und so weiter. Hat richtig Fun gemacht. Wir haben Pony Island durchgespielt, danach wollte ich eigentlich Fury spielen, allerdings ist Fury halt leider für mein System nicht geeignet. Ja, genauso wie Golf mit mehreren Leuten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht warum, normalerweise sollte es funktionieren, aber mein Rechner, ich habe halt einen ganz alten i5 drin, ich glaube das ist ein i5 4600, also vierte Generation, das ist halt alles nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das muss auch demnächst geupgradet werden, ich weiß allerdings noch nicht, ob ich mir einen kompletten Rechner zusammenbaue, einen neuen oder ob ich mir halt wirklich nur eine neue Grafikkarte und einen neuen Dings kaufe, einen neuen Prozessor. Ich kann an einem Rechner eigentlich alles selbst machen, ich habe schon alles selbst gemacht, außer einen neuen Prozessor einbauen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich weiß, man muss das da abmachen, dann steckst du das drauf, dann schmierst du die Paste oben drauf, machst den Deckel drauf, machst den Lüfter drauf und gut ist. Ich habe allerdings ein bisschen Bammel, ich würde mir das gerne machen lassen, ich muss mich da mal umhören, aber momentan für Singleplayer-Spiele wie Dark Souls und so weiter, was dann kommt, ist das noch in Ordnung. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, ich werde jetzt noch ein, zwei Wochen warten, damit die Spenden auch sicher drauf sind. Ich denke nicht, dass jemand abwartet, bis ich gespendet habe, dann wirklich, das weitergeleitet habe, euer Geld, und dann seine Spende zurückzieht. Ja, ich habe da eigentlich recht viel Vertrauen. Die ganzen Leute, die gespendet haben, waren mir auch keine Fremden, die haben auch schon öfters mal gespendet oder mich unterstützt, ja, oder den Stream unterstützt. Und dementsprechend bin ich recht zuversichtlich, dass da nichts mehr weggebucht wird von meinem PayPal-Account. In ein, zwei Wochen werde ich dann ein kleines Video machen, wo ich das euch zeige, wahrscheinlich nur im Screenshot, ich werde das nicht live machen. Ich werde ein Screenshot machen, werde dann meine Daten ausgrauen oder ausschwärzen und, ja, und dann geht es weiter, ne? So machen wir das, damit es auch sicher ist. Nochmal Glückwunsch an alle Gewinner. Wir haben, ich habe zwölf Steam Keys verlost. Es hat meistens dieselben getroffen, ja. Also ich glaube, Bambu ist ganz gut weggekommen, Osek ist ganz gut weggekommen. Ein paar Leute haben ein bisschen mehr Pech gehabt. So ist das halt bei einem Gewinnspiel. Da hast du halt Glück oder Pech, es ist wie im Lotto, ne? So. Schreibt mir denn, Zalando. Hey, wir haben Neuigkeiten für dich, schau doch mal rein. Jetzt nicht. Ja, streamtechnisch sieht es folgendermaßen aus. Das hier stimmt nicht ganz, was hier steht. Ich habe noch was erfahren, aber das macht eigentlich nichts, ne? Und zwar Montag, Dienstag, also heute ist, äh, erstmal, sorry noch, dass das Video erst heute kommt. Ich habe das gestern komplett verbummelt, ja? Also ich habe gestern Abend um 11 Uhr habe ich daran gedacht, oh scheiße, du musst ja noch ein Dingsvideo. Dann war es zu spät, dann musste ich ins Bett. Ja, dank meinen Kids und meinem Hund habe ich trotzdem erst heute Nacht um 3 Uhr oder irgendwann gepennt. So, ähm, Montag, Dienstag, Isaac, ganz normal. Die Streak steht bei, ihr habt es ja gesehen, äh, auf YouTube, ich habe die Riesenstreak verloren. Das kann ich ja jetzt hier, das wäre jetzt kein Spoiler mehr, ne? Wir machen gerade eine kleinere Streak, ähm, ja, bei was sie steht, sage ich euch jetzt nicht, aber sie ist recht niedrig, aber wir spielen da gemütlich weiter. Äh, Dienstag auch ebenfalls, äh, Isaac, Abia, Edenstreaks. Ähm, Mittwoch und Donnerstag spielen wir Dark Souls. Vielleicht kriegen wir es am Mittwoch schon fertig, ich glaube es allerdings nicht, obwohl der zweite, wir sind ja im letzten DLC, also Download-Content. Ähm, den ersten Boss haben wir schon längere Zeit down, den zweiten hatte ich bis auf einen Hit eigentlich das letzte Mal noch down, aber man hat ganz geschafft. Ähm, ja, den machen wir jetzt am Anfang, am Mittwoch am Anfang gleich fertig irgendwie. Und dann geht's auf die Suche nach dem letzten Boss. Und wenn der auch nicht ganz so schwer ist, wie der zweite jetzt, äh, dann könnten wir am Mittwoch schon fertig werden. Ich gehe allerdings mal nicht von aus, deswegen habe ich am Donnerstag das drin gelassen. Für alle, die sich auf Dark Souls 3 direkt danach freuen, muss ich leider enttäuschen. Ich werde eine Souls-Pause einlegen, allerdings nur kurz. Auf YouTube wird das nicht groß merklich sein, vielleicht ein paar Tage, bis dann Souls 3 kommt. Ähm, ich habe im Spiel, im Stream ja, ähm, neben Fury, was nicht funktioniert hat, und Golfit, was ein bisschen ruckelig war, aber trotzdem riesig Spaß gemacht hat mit den Leuten, eben im Teamspeak, wollte ich schon sagen, auf meinem Discord-Server. Ähm, könnte ich eigentlich mal, ich glaube, ich versuche es daran zu denken, denn unten drunter mal zu verlinken, den Discord-Server. Dann können auch die Leute von YouTube mal auf den Discord-Server kommen und kriegen da immer die neuesten und schnellsten Infos, ja. Und können sich mit den anderen Gobinski-666-Jüngern-Jüngern-Zeichen unterhalten. Ähm, oder chatten, wie auch immer, verlinke ich mal unten drunter. Ja, was ich aber sagen wollte, ich habe Resident Evil 0, Biohazard 0, also nicht Zero, sondern das erste, nicht das erste, das heißt nicht 0, das heißt Resident Evil Biohazard Remastered, glaube ich. Also das allererste Resident Evil, was damals rauskam, Zuschauer meint, 1995, ich weiß nicht genau, das ist jetzt HD Remastered und hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, nachdem ich aber ein paar Spiele, nicht spielentscheidende, aber ein paar spieltechnische Tipps bekommen habe und die umgesetzt habe, macht das doch erstaunlich viel Spaß und das werde ich jetzt erstmal weiterspielen, dann mittwochs und donnerstags. Ich denke, das dauert nicht so lang wie jetzt in Dark Souls. Ja, ähm, das wird ein recht, für ein Horrorspiel wahrscheinlich doch recht lang, das sind die Resten der Evil-Teile, so wie ich es gesehen habe, über recht lang. Aber, äh, es ist machbar, ja. Es ist natürlich Blind Run, äh, richtig gruselig ist es bisher nicht, aber es macht mir riesig Fun und das werde ich jetzt erstmal so zwischen reinschieben und danach gibt es dann Dark Souls 3, wenn ich das durchhabe. Das Resident Evil wird allerdings nicht auf YouTube kommen, ja. Wie ich schon angekündigt habe, solche Dinge nehme ich nicht für YouTube auf. Das mache ich nimmer. Ich mache die wichtigen Spiele, die mir richtig Spaß machen. Ich mache mein Isaacs-Zeugs und das war's. So, jetzt die kleine Änderung, am Freitag steht hier noch spontan drin, am Freitag habe ich keine Zeit, ähm, muss ich dann auf Samstag verschieben oder sogar auf Sonntag den Stream. Also Freitag definitiv kein Stream, am Samstag eventuell und am Sonntag recht sicher. So machen wir das. Was sagt denn der Upload-Plan? Ja, der Upload-Plan sagt, ähm, Isaac, Montag, Mittwoch und Freitag sind drei Folgen, um den zweiten Save-Slot voll zu machen. Für am Sonntag habe ich noch keine Folge aufgenommen. Ich habe heute allerdings vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht kann ich noch ein bisschen aufnehmen, bevor heute Abend der Isaac-Stream losgeht. Tagsholz läuft natürlich durch und die Eden-Streaks laufen auch weiter. Ja, das war's schon von mir. Sieben Minuten noch was, das passt unter zehn Minuten. Ach, noch eine Kleinigkeit am Rande. YouTube verbietet mir irgendwie ab Mitte Februar meine Videos zu monetarisieren. Ich bin zwar in einem Netzwerk, ich habe dir jetzt allerdings noch nicht angeschrieben, ob meine Videos weiterhin monetarisierungsfähig sind oder ob die da für mich einen Antrag stellen. Keine Ahnung, ganz ehrlich, ich kann da sehr offen sagen, ich verdiene vier Euro oder so an den Werbeeinnahmen momentan pro Monat, was mir da mein Broadband-Netzwerk überweist dann jeden Monat. Ja, die zwacken sich auch noch ein Eckchen ab und dann kriege ich dafür den Rest und dafür kann ich mich dann an das Netzwerk wenden und die können mir ein bisschen helfen, gerade wenn es um Monetarisierung geht und so weiter. Aber das hat sich ja anscheinend Mitte Februar erledigt, da YouTube seine Richtlinien geändert hat und Leute, die, ich kann es ja auch groß sagen, ich habe im Monat circa 5.000 bis 6.000 Aufrufe. Das ist circa das 5- bis 6-fache von dem, was YouTube verlangt, zu monetarisieren. Allerdings brauche ich 1.000 Abonnenten. Ja, und ich habe im Moment, ich glaube, 382, 383, so irgendwas. Also meine Klickzahlen sind für meine Abonnentenzahlen recht gut, auch wenn es nicht die Minecraft-Liga ist, aber es ist dafür, dass ich Isaac-Contact mache, ist das für mich recht gut. Es gibt recht wenig deutsche Isaac-Youtuber, natürlich der Holly, ja, aber das ist so der einzige richtig große, der Rest sind halt Amis, ja, oder englischsprachige YouTuber, nenne ich es mal, ich weiß nicht aus welchen Ländern die kommen, aber im deutschsprachigen Bereich gibt es eigentlich nicht so viele Isaac und ich hoffe, dass da noch ein paar mehr dann ein bisschen zu mir rüberschwappen. Ich will an dem Holly auf keinen Fall irgendwie ein bisschen Zuschauer wegnehmen oder so, das ist auch nicht meine Intention, ich muss damit kein Geld verdienen. Ich finde es trotzdem schade, dass kleine YouTuber nicht ein bisschen Geld machen können, ich verstehe es allerdings auch, die Werbepartner von YouTube sind rückgängig durch die ganzen Sachen, die jetzt in letzter Zeit so aufgekommen sind. Ja, keiner will mehr, auf der einen Seite will keiner der YouTuber einen AfD-Werbespot vor seinen Videos haben, auf der anderen Seite will keiner der Sponsoren oder der Werbetreibenden, die eben die Werbespots YouTube zur Verfügung stellen oder an YouTube verkaufen, will keiner... Ich denke, das ist umgedreht. YouTube kauft ja die Werbespots. Nein, umgedreht. Die Werbetreibenden, also die Werbeersteller, ja, die Hersteller dieser Werbung geben YouTube Geld, damit es vorne dran läuft. Also YouTube verdient dadurch Geld. Das wird aber immer weniger, weil jeder sagt, okay, ich habe keine Lust, dass mein Werbespot für Kinderpingui, keine Ahnung was, vor einem, vor einem, irgendeinem blöden Nazi-Video läuft, ja, wo einer irgendwelche Parolen in die Kamera schreit, ja. Das verstehe ich auch, deswegen werden die Werbeeinnahmen weniger und um das besser zu kontrollieren, will YouTube halt sagen, okay, jemand, der tausend Abonnenten hat, alle, oder die Menge an Kanälen, die mehr als tausend Abonnenten haben, sind nicht so groß, sind schon groß, aber im Vergleich zu der Gesamtmasse, schätze ich mal, da sind 10% der Kanäle. Die können wir besser überwachen, können gucken, wie ist dort der Content und der Rest kann seinen Scheiß hochladen, ist uns doch Wumpe. Ja, solange sich keiner beschwert, kann doch jeder machen, was er will. Wir verärgern niemanden damit, ja. Und die über tausend, die kontrollieren wir, da gucken wir uns an, was sind das für Kanäle, was machen die für Content und die dürfen dann auch Werbung schalten. Ganz ehrlich, ist im Endeffekt auch vollkommen in Ordnung, finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, sondern weil man in meiner Größenordnung unter tausend, also du kommst ja recht leicht daran, ne, an die tausend Abonnenten, jemand, der das, er damit Geld verdienen will, der kriegt locker seine tausend Abonnenten, entspannt zu sagen, das könnte ich auch machen, da müsstest du halt bloß Minecraft-Content bringen oder halt irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendeinen Prank machen oder was weiß ich, also so schwierig ist das, ne. Wenn man sich aber treu bleibt, ist es ein bisschen schwieriger und wenn man keine Abo-für-Abo-Dinger annimmt, weil die kommen auch zu Hunderten rein, dann ist es ein bisschen schwieriger, ist aber auch kein Problem, denn ich, wie gesagt, ich verdiene damit 4 Euro im Monat, da kann ich auch drauf scheißen. Dementsprechend ist es mir auch wurscht, ob mein Netzwerk da irgendwas macht oder nicht. Ich lasse mich überraschen, was da Mitte Februar passiert und dann gucken wir einfach mal weiter, ne. Gut, dann war es von meiner Seite. Das Einzige, was jetzt kommt, was ich schlimm finde, ich kann auch in dem Abspann, ja, keine anderen Videos und so mehr verlinken. Und das finde ich Blödsinn, weil was bringt YouTube das, dass ich nicht auf andere Videos von meinem eigenen Kanal aufmerksam machen kann. Und ich kann auch nicht am Ende des Videos meinen Abo-Button machen. Das heißt, ich mache jetzt meinen Abspann, es kann aber sein, dass da, wenn ihr das Video guckt, gar nichts mehr drin steht, ne. Dass da zwei leere Kästchen sind und das war es dann. Dann ist es halt so. Alles klar, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, Gorbi ist raus, tschüss.